Alter! Geh weg! Ist noch gut, ist noch gut! Warte! Warte! Alter! Nee, oder? Ah, ich schwörte, da war doch nichts kaputt! Da war doch nur der Reifen kaputt! Alter! Alter! Und er fährt und fährt und fährt und fährt! Ich so, warte, er starb, starb! Wird gerade aussteigen! Warum ist er so zuerst über so enden? Hey, aber das war doch in Ordnung, weil... Die Reifen waren nur ein bisschen kaputt! Egal! Oh, dass irgendwas drüber gefahren hat! Alle Reifen sind kaputt! Ich habe uns, glaube ich, das dritte Mal heute Abend getippt! Holy fucking shit, Alter! Naja, egal! Wirklich, haben wir 12.000 plus gemacht! Hier, das haben wir eine Ausrüstung gerade wieder verheizt! Boah, pass mal auf! Läuft der, der läuft her! Läuft der her! Hier euch sehen! Kommt zum Eingang! Am Orangenen! Ist keiner draußen, ich schmeiß Granate! Der hat Granate hierher geschmissen! Granate, weg, 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 weg! Hast du ihn getötet? Piss doch, ich weiß nicht! Warte, ich pushe den! Wo ist der hin? Down, ja, der ist down! Hab ihn! Ja, doch nicht down! Aber jetzt ist er down! Finish off! Pick up money! Wie viel hat er dabei gehabt? Sechstausend, ist ein Mist! Schauen wir dann lieber runterfahren und das Auto noch verkaufen! Ich auch gesagt! Hopp! Ein paar Tausend noch zusammen für den nächsten Humvee! Oh Gott, dann finde ich erst mal eine Nachtsichtbrille! Hier sind wir schon mit dem SUV durchgefahren, oder? Ja! Oh! Schnell raus! RIP! Mann, Uwe! Ah, das ist so ein Ding! Scheiß... Fucking... Ortsschild, Alter! Geil! Nice! Alter, das ist echt jetzt weg! Ha! Alter! So rip this game, Alter! Entweder wir werden von der scheiß Jamelein getötet Oder wir fahren halt einfach gegen so ein Straßenschild, Alter! Und jetzt rennen wir hier alle wieder so einzeln rum! Es wäre ja gut, gerne nochmal kurz 5k gewesen, was wir im Auto hatten! Ja, Mann! Wenigstens kann ich mir jetzt noch ein Ding ans Quatsch bohren und... Wir haben beide unsere Pulver verblasen! Da war grad irgendwas links! Schüsse! Was ist denn noch nicht? Oben! An der Baracke, warte! Ja! Ich muss schon mal mein Ding insnähen! Inster Dock! Wo war der? Ruhig! Inster! Oben an der oberen Baracke! Oben an der oberen Baracke! Sehen! Okay, mal! Oh, da hat schon Racketweh auf den geschossen! Ja! Oben an der oberen Baracke! Oben an der oberen Baracke! Abgezogen! Dafür habe ich ne 3000... 3000 Kritis Racketweh verbraucht, Alter! Ja, das führt nämlich auch seiner Inter 16 mit! War auf jeden Fall worth it! Ich mein, gut! Warum hat der auch auf uns geschossen? Ja, der hat gedacht, der könnte mich nichts holen, aber hat mies schlecht geschossen! Von so Leichen scheiß mit's einfach! Ist eh egal! Ja, Waffen können wir uns ja gleich wieder kaufen, wir haben ja genug Asche! Jetzt warte du mal! Hier schießt keiner, ich mach jetzt aus! Bin drin! Ja, steck nach hinten weg! Dann steig ich nach den Bischen ein! Ja, dann kann hier! Das Spiel ist Xbox und Windows exklusiv, genau! Aber ich hab letztens gehört, da hat der falsch gelabert! Ja, da hat einer gesagt! Also gleich von letztem ziehen! Oh Gott, soll ich das echt machen? Ja, okay! Bei Plundi Valley! Von der Valley! Plundr! Plundr! Alte! It was at this moment that he knew! He fucked up! Holy fucking shit, Alter! Das war der Javelin! Ich bin nur so ein Ei! Aber ich hab den Chat wieder auf meine Seite! Der die ganze Zeit dann sagt, hinter dir, hinter dir! Und dann verkack ich! Alter, ich hab halt einfach so im Hintergrund irgendein random Kanal offen, weil ich irgendwie mit der Maus rumgemacht hab und dann hat's nicht gestartet, ich denk so, hä, ist das jetzt bei dem die Rakete oder was? den du aus gesehen hast! Halt die Fresse, Mann! Uns hat eiskalt, random! Wir sind gefahren! Javelin erwischt und getötet! Was? Ne Javelin erwischt und getötet! Wie random! Wir sind gefahren! Auf irgendeinem Loch und irgendeine Hände mit ne Javelin auf uns!